Hier kommt noch ein Koffi. Hier ist der andere, schau. Voilà, das ist er. Ja, gar nicht mehr. Mal weg. Mal ganz weg. Kleine Arbeit kriegen wir schon an. Auf jeden Fall. Genau, das würde ich sagen, weil das ist viel besser. Das Plastilin ist nicht so haltbar. Ich kann nur den Koffi verladen, aber jetzt noch ein ins Koffi. Ich mache das.